Die Landtagswahl für Rheinland-Pfalz. Jetzt geht's los. So 1, 2, 3 einfach können Sie wählen. 1. Ab dem Februar können Sie bereits per Brief wählen. Das ist ganz einfach, sicher und gesund. So geht's. Fordern Sie Ihre Briefunterlagen mit einem formlosen Antrag auch online bei Ihrer Gemeinde an. Oder nutzen Sie die Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigung. Füllen Sie dann den zugesandten Stimmzettel aus, stecken Sie ihn in den blauen Umschlag und stecken Sie diesen gemeinsam mit dem unterschriebenen Wahlschein in den roten Umschlag. Nun senden Sie die Unterlagen per Post an die Gemeinde oder geben Sie direkt dort ab. 2. Sie können aber auch im zuständigen Wahlamt Ihrer Gemeinde wählen. Zum Beispiel bequem bei Ihrem nächsten Gang in die Stadt. Dort zeigen Sie einfach Ihren Personalausweis vor und wählen mit dem ausgehändigten Wahlunterlagen. 3. Am Wahltag, dem 14. März, können Sie selbstverständlich ganz klassisch an der Urne wählen. Natürlich mit Abstand und Maske. Unser Tipp? Bringen Sie aus Hygienegründen Ihren eigenen Kugelschreiber mit. Machen Sie es sich 1, 2, 3 einfach und wählen Sie die CDU. Mit der Erststimme Ihren regionalen Kandidaten, mit der Zweitstimme Christian Baldauf und die CDU. Wir machen das!